Möglicherweise werden sie einen Tag verbringen, an dem sie sehr starke Vorahnungen haben werden. Viele Dinge, die sie nicht mit ihren fünf Sinnen wahrnehmen können, werden sie durch ihre Vorahnungen wahrnehmen. Sie werden sogar die Geheimnisse von einigen Menschen ahnen können. Es ist Tag des Mondes. Der im Zeichen Wassermann fortschreitende Mond lenkt die Aufmerksamkeit auf soziale und gesellschaftliche Themen. Globale Themen könnten genauso bedeutend für uns werden wie unsere individuellen Freiheiten. Aufgrund von Stress und Anspannung könnte es am Nachmittag schwierig werden, unsere Gefühle unter Kontrolle zu halten und wir deshalb intuitive Reaktionen zeigen. Hinsichtlich Unfällen und Ungeschicklichkeiten sollten wir vorsichtig sein. Der Mond wird an den Abendstunden eine entgegengesetzte Position zum Jupiter einnehmen. Während unsere emotionalen Erwartungen ansteigen, sollten wir unser übertrieben großzügiges und optimistisches Verhalten etwas kontrollieren.